Hallo zusammen, heute bekleben wir den Saugroboter im Racing Look. Dazu brauchen wir Klebeband, Rakel, alternativ nehmt ihr einfach eine Checkkarte, Schere, ein Cuttermesser, ein Lineal dazu. Als erstes gehen wir her und schneiden einfach mal die einzelnen Aufkleber frei, so dass ihr die einzeln habt. Genau, jetzt haben wir alle Aufkleber freigeschnitten, jetzt geht es an den Saugroboter, dann positioniert ihr euch auf dem Saugroboter die Folie, jetzt richtet ihr euch die Folie schön aus, dann nehmen wir uns zum fixieren, halten Streifen Tesafilm dazu und dann fixiert ihr euch den Aufkleber, dass er nicht mehr weg kann. Wir halten uns bereit unsere Kunststoff Rakel und eine scharfe Schere. Ja und dann klappen wir halt auf der einen Seite die Folie um, lösen einmal die Klebefolie von dem Trägerpapier, dann mit der einen Hand entspannt festhalten und mit der Rakel die Luft unter der Folie raus streichen. Jawoll, jetzt geht es an die andere Seite. Ja, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Erste Folie ist drauf, auch da gehen wir wieder her und fixieren uns das ganze mit zwei Streifen Tesafilm oder alternativ auch Kreppband gerade. Alles klar, dann haben wir schon die ersten beiden Aufkleber drauf, jetzt fehlt hier hinten noch einer, den haben wir auch schon freigeschnitten. Auch hier fixieren wir uns das ganze mit einem Tesastreifen. Dann haben wir noch für die Seiten hier die Auspuffanlage, die angedeutet wird. Auch hier gehe ich jetzt einmal her und schneide mir den Aufkleber einmal frei. Auch hier schnappe ich mir wieder einen Tesastreifen. Schauen wir, dass er schön gerade ist. Jetzt suchen wir uns oben, Flucht und jetzt haben wir halt den Anschlag, wo wir es uns umklappen können. Und mit unserer Rakel oder Checkkarte einmal fest streichen. Das war die eine Seite und auf der anderen Seite machen wir es ganz genauso. Und auch hier ziehen wir uns das Silikonpapier ab. Jetzt gibt es im Lieferumfang noch dazu den Heckspoiler. Dafür haben wir euch beigelegt, ein paar Klettpunkte auch selbstklebend, weil wenn ihr jetzt mal ein Sideboard habt oder irgendwie eine Kommode, wo der Robo natürlich drunter fahren soll, könnt ihr in dem Moment die Pommes Theke dann auch abmachen. Alles klar. Ihr solltet natürlich bedenken, dass ihr diese Klappe zwischendurch auch nochmal aufmachen müsst, um den Staubbehälter zu entleeren. Deswegen klebt euch am besten den Spoiler so auf, dass das Ganze noch passt. Passt, wackelt und hat Luft. Okay, das war's. Viel Spaß mit eurem Racing Robo. Bis zum nächsten Mal.